In Kalifornien ist ein Gedicht, ein Gestalt, ein kratzendes Geräusch. Es ist schon erstaunlich, wie viel es ihm gelingt, den Leser mit drei Bildern gefahren zu nehmen und... Rote Rakete, rote Rakete! Stanley, was zur Hölle tust du da? Rote Rakete, ich hol den Köter ein runter. Stanley, du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer! Was soll ich denn da? Auf der Stelle, Stanley! Ahaha, ähm...